Profit-Center bedeutet, ich gebe einer Sparte eine eigene Gewinnverantwortung. Profit-Center gleich Sparte mit eigener Gewinnverantwortung. Was faktisch bedeutet, dass das Was vorgegeben ist und das Wie der Sparte überlassen bleibt. Es ist ein Gewinnziel oder ein Renditeziel. Renditeziel. Was ist Rendite? Rendite ist Gewinn ins Verhältnis gesetzt zu einem Einsatz, meistens Eigenkapitalrendite. Also man kann der Sparte sagen, macht 50.000 Euro oder man kann der Sparte sagen, macht 6% oder 8%. Der Unterschied ist nur, dass man bei den 6 oder 8% einfach eine Relation herstellt zwischen Gewinn im Zähler und Eigenkapital im Nenner. Das ist häufiger, dass man Prozentwerte vorgibt statt absolute Eurogrößen. Wie auch immer. Das ist eigentlich kein dramatisch großer Unterschied, nur eine Frage der Einheit, der Dimension. Das wird vorgegeben. Also bitte am Ende des Quartals oder Jahres erwarten wir von euch 6% Eigenkapitalrendite. Wie ihr das macht, bleibt euch überlassen. Das Ergebnis zählt nicht der Weg dahin. So ein bisschen Management bei Results hier. Das ist ein Profit-Center. Und wenn man nun diesen Profit-Center dazu noch, also Investment-Center ist Profit-Center plus, ja, plus Disposition oder Verantwortung, Verantwortung für Investitionen gibt, dann sind wir beim Investment-Center. Ja, ein Investment-Center ist ein Profit-Center, hat also eigene Gewinnverantwortung, plus Verantwortung für Investitionen. Das heißt, für ein Investment-Center heißt es nicht nur, macht 6%, sondern auch ihr kriegt eine Million. Wie ihr diese Million ausgebt, investiv ausgebt, bleibt euch überlassen. Das ist ein Investment-Center. Den Begriff Investment-Center hört man in der Praxis relativ selten, den Begriff Profit-Center hört man relativ oft. Es gibt Investment-Center, die sind gleichzeitig Profit-Center. Profit-Center sind aber in der Regel keine Investment-Center. Investment-Center bedeutet zu der Kompetenz des Profit-Centers noch dazu. Die Dynamik ist hier ein Plus. Investment-Center ist Profit-Center plus Verantwortung für Investitionen.